Konrad Kühne van der Hallen war ein bedeutender deutscher Steinbildhauer und Kölner Dombaumeister. Leben Als Steinmetzgeselle soll Konrad ins Burgund und nach Lyon gekommen sein und bei Jacques Morel, einem Nachfolger des Bildhauers Klaus S. Luther, gearbeitet haben. Der Meister des Maria-Schlaf-Altars im Frankfurter Dom gilt als sein Lehrer. Beeinflusst wurde er wohl von den Malern Jan van Eyck und Stefan Lochner. Nach den Wanderjahren heiratete er Steingin van Buren, eine Nichte des damals amtierenden Kölner Dombaumeisters Nikolaus van Buren. 1444 ist er als Ratsherr bezeugt. 1445 wird Konrad selber Dombaumeister, Gmeister Konrad Kühne van der Hallen. Werkmeister Zerzi Zomedome in Kuelney, heißt er in den Schreinsbüchern, für 1466 ist ein Sohn Johann erwähnt. An seinen Tod am 28. Januar 1469 erinnert ein Epitaph im Kölner Dom Leistungen. Konrad gilt als einer der bedeutendsten Steinbildhauer seiner Zeit. Sein Andenken war in Köln bis ins 17. Jahrhundert gegenwärtig. In der Wilhelm-Deminischen Zeit der Begeisterung für die Domvollendung wurde in Köln-Nippos eine Kühnstraße benannt. Konrad arbeitete in erster Linie als Steinbildhauer für private Auftraggeber. Als solcher ist er ein Vertreter des sogenannten weichen oder schönen Stils. Seine Auftraggeber wollten nicht mehr als idealtypische Masken, sondern als wiedererkennbare individuelle Personen dargestellt werden. Konrad hat möglicherweise die Tradition der Darstellung eines Murren als Mitglied der drei Könige begründet. Der frühere Dombaumeister Arnold Wolf nimmt an, dass die realistische Darstellung des Afrikaners wohl auf die Begegnung mit einem Sklaven zurückgehe. Den der Erzbischof von einer Italienreise mitgebracht haben könnte, für den Bau des Kölner Doms begann zu dieser Zeit bereits das Geld auszugehen. Konrads Anteil am Dombau ist nicht gesichert. Möglicherweise ließ er Teile der nördlichen Langhausseitenschiffe errichten, das nordwestliche Atrium des alten Romanischen Doms abreißen sowie die Fundamente und das Sockelgeschoss für den Nordturm anlegen, der erst beim Weiterbau im 19. Jahrhundert fertiggestellt wurde. Die Steinmetzenbruderschaft erkannte ihm und alle Siene nach Kumen Glicherweis auf ihren Tagssatzungen 1459 in Regensburg und 1463 in Speyer das Obermeistertum über das Gebiet von Norddeutschland zu Werke Sakramentshaus in der Sakramentskapelle des Kölner Doms Grablegung Christi Frankfurter Dom um 1435 Verkündigungsgruppe Sankt Kuni Bad Köln 1439 und Pieter E.B.D. Marientoth Würzburger Dom um 1440 Böhren Epitaph 1445 Lettner Figuren E.M. Stiftskirche Hilzenhain um 1448 Sakramentshäuschen Pupsteikirche Kempen 1461 62 Grabmal des Dietrich II von Mus-Kölner Dom Lettner Figuren Sankt Maria im Kapitol Köln 1464 Rassertis 47 69 80 60 Untertitelung des ZDF, 2020